Sebi fragt Pete Smead Würdet ihr lieber euren Vater bumsen und euer Hund kommt ins Zimmer oder würdet ihr lieber euren Hund bumsen und euer Vater kommt ins Zimmer? Das ist ganz schön bescheuert. Ich würde eher eins nehmen. Das war eine der behinderten Fragen, die wir uns gestellt bekommen haben. Aber... Hm. Ich würde lieber meinen Hund bumsen. Weil... Das finde ich einfach... Also ich finde beides unfassbar eklig, aber das finde ich weniger eklig als meinen Vater zu bumsen. Also, dann muss ich lieber den Hund und den Vater kommt rein. Zu der Frage, was erfahrt ihr denn über die anderen? Ist halt besonders spannend. So eine Antwort. Würdet ihr lieber euren Vater bumsen und euer Hund kommt ins Zimmer oder euer Hund bumsen und euer Vater kommt ins Zimmer? What the fuck? Also mal wirklich. Sebi, was ist falsch mit dir? Ja. Was ist falsch mit... Wirklich. Die Frage ist, was ist falsch mit dir? Ich nehme Antwort C. Nix. Hä? Hä? Sammy? Nächste Frage. Untertitelung des ZDF, 2020